Hi, heute geht's um, tadaaa, deine Leber. Also um das Organ, das einem beim Thema Alkohol als erstes einfällt. Warum ist das eigentlich so? Was passiert in deiner Leber, wenn du Alkohol trinkst? Wie wirkt sich das auf deine Gesundheit aus? Was hat es mit diesen ominösen Leberwerten auf sich? Und kann sich eine kranke Leber eigentlich wieder komplett erholen? Wie lange dauert das? Antworten auf diese Fragen bekommst du jetzt. Ich habe in meinem Video, warum Alkohol wirklich dick macht, schon mal angerissen, was deine Leber so alles erledigt, wenn du Alkohol trinkst. Und da habe ich sie mit einer Stoffwechselfabrik verglichen, bei der ständig LKWs auf den Hof fahren und alle möglichen Materialien abladen. Also die LKWs stehen für Blutkörperchen und die Ladung der LKWs für alles, was dein Blut so durch deinen Körper transportiert. Zum Beispiel die Inhaltsstoffe deiner Nahrung. Diese Inhaltsstoffe, die kommen also in deiner Leber an und die wandelt sie um. In Energie zum Beispiel oder in Bausteine, die dein Körper braucht, um zu funktionieren. Und damit du nicht permanent winzige Mengen essen musst, die sie dann sofort verarbeitet, hat die Leber in ihrer Fabrik eine große Lagerhalle. Um jetzt mal im Bild zu bleiben, ne? Da lagert sie alles, was sie gerade nicht braucht, bis es in der Produktion dann benötigt wird. Also zum Beispiel, bis dein Körper Energie braucht, um zur Ampel zu sprinten. Alles stark vereinfacht dargestellt natürlich, ne? Die Leber macht eigentlich auch noch krass viel mehr. Die ist echt voll der Tausendswasser. Neben Nährstoffen und Vitaminen produziert dich zum Beispiel auch noch alle möglichen Hormone. Zum Beispiel welche, die dafür sorgen, dass deine Muskeln wachsen oder dass du Lust auf Sex hast. Deine Leber sorgt dafür, dass dein Blut gerinnt, wenn du dich zum Beispiel geschnitten hast, damit du nicht verblutest. Deine Leber stellt Gallenflüssigkeit her, die du für die Fettverdauung brauchst. Deine Leber kümmert sich darum, dass dein Blutzuckerspiegel passt und du nicht plötzlich ohnmächtig wirst. Und was sie natürlich auch noch macht, sie filtert Müll raus. Bei allem, was über Nahrung, aber auch über deine Haut und über deinen Atem in deinen Körper kommt, schaut die Leber zuallererst nach, kann das weg oder brauchen wir das? Und vor allem auch, ist das giftig? Und du ahnst es schon, Alkohol ist giftig. Alkohol ist ja nichts anderes als Ethanol und Ethanol ist giftig. Auch wenn es teurer, toller Wein war, wenn das Ethanol in deiner Leber ankommt, dann denkt die nicht, oh wow, guter Jahrgang. Nee, der Modus ist vielmehr, okay Leute, wir haben hier einen Notfall, Alarm, Alarm, alles zurückstellen, wir müssen uns jetzt erstmal um Entgiftung kümmern. Entgiftung bedeutet also immer, dass andere Dinge liegen bleiben und dass die Produktion in deiner Stoffwechselfabrik ins Stocken gerät. Alkohol schädigt deine Leber gleich auf mehrere Arten. Erstens, beim Abbau von Ethanol, beim Abbau dieses Giftes, entstehen haufenweise Fettsäuren, sogenannte Triglyceride. Die sind jetzt erstmal nichts Schlechtes, dein Körper stellt die auch aus anderen Nahrungsmitteln her, weil er diese Fettsäuren als Energie verwenden kann. Deshalb packt deine Leber alle überschüssigen Fettsäuren, die bei der Entgiftung entstehen, in ihren Lagerraum. Wie so große, fette Kohleklumpen liegen die dann da. Für später. Für den Sprint zur Ampel. Wobei du vielleicht schon ahnst, ohne was zum Anzünden bringen Kohleblöcke recht wenig. Um dir Energie zu liefern, braucht deine Stoffwechselfabrik am besten etwas, um sie anzuzünden. Und dieser Anzünder nennt sich Glykogen, die zweite Energiequelle, die deine Leber einlagern kann. Glykogen ist eine Form von Zucker, die dir schnell Energie liefern kann. Und die deine Leber benötigt, um die andere Energieform, nämlich deine Kohleblöcke, gut zu verwerten. Ohne Anzünder bekommt man halt aus der Kohle nur schwer Energie raus. Wenn du also sprinten musst, dann gehen Kohle und Anzünder in die Produktion und du kannst sprinten. So, nun ist es allerdings so, wenn deine Leber dauernd Alkohol abbauen muss, dann bildet sie zwangsläufig zu viele Triglyceride, prüfft also einen fetten Kohleblock nach dem anderen ins Lager. Was den Nachteil hat, dass irgendwann kein Platz mehr fürs Glykogen ist. Deine Stoffwechselfabrik hat also Kohle ohne Ende, aber auf Dauer eben keine Anzünder mehr, um sie anständig zu verwerten. Und nicht nur das, auch für andere gute und gesunde Rohstoffe bleibt immer weniger Platz, weil deine Leber überall diese Fettsäuren aus der Entgiftung ablagert. Ablagern muss, denn Entgiftung hat ja Priorität. Das Ergebnis, langsam aber sicher, verfettet deine Leber. Das ist Stufe 1 auf der Leberkrankheitenskala. Man nennt das auch Fettleber. Die Leber hat kein Schmerzempfinden, deswegen bekommst du ziemlich lange gar nicht mit, was für einen Megastress du ihr mit den ganzen Drinks eigentlich bereitest. Du merkst das dann eher daran, dass sich so ein kleiner bis großer Schwimmring bei dir gebildet hat, bei dem du dich fragst, wieso der eigentlich nicht weggeht, obwohl du doch Sport machst. Oder dass du dich dauernd müde und abgeschlagen fühlst, vor allem nach dem Essen. Vielleicht hast du sogar regelmäßig Durchfall oder Verstopfung. Falls ja, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um dich mal zu fragen, ob du vielleicht, vielleicht zu viel Alkohol getrunken hast in den letzten Wochen oder Monaten. Und wenn du jetzt sagst, ja, kann sein, und dir trotzdem das nächste Bier aufmachst, dann bewegst du dich zügig auf Stufe 2 zu. Irgendwann ist die Lagerkapazität deiner Leber nämlich einfach dicht. Die Leber weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Lkw-Lieferungen. Ist ja kein Platz mehr da. Es staut sich also vor deiner Fabrik. Die Lkw's hupen und drängeln. Und das nennt sich dann übrigens Bluthochdruck. Und in der Stoffwechselfabrik drinnen sieht's auch nicht besser aus. Chaos. Die Giftzufuhr, die hört ja nicht auf. Und Giftabbau hat oberste Priorität. Punkt. Das heißt, es entstehen am laufenden Band neue Kohleblöcke. Im Lager ist aber schon lange kein Platz mehr. Deshalb stehen die jetzt überall rum und stören die Produktion. Deine Maschinen geraten ins Stocken, können nicht mehr gewartet werden und gehen kaputt. Übersetzt. Die Triglyceride beginnen als sogenannte freie Fettsäuren rumzuwandern und Entzündungen zu verursachen. Nicht nur in der Leber, aber auch. Heißt, so langsam geht deine Fabrik also vor die Hunde. Maschinen fallen aus, sie explodieren so nach und nach. Und nach und nach liegt auch alles in Schutt und Asche. Sprich, nach und nach gehen deine Leberzellen kaputt. Und das ist Stufe 2. Und die nennt sich Fettleberentzündung oder auch Hepatitis. Das ist das Stadium der Lebererkrankung, in dem du vielleicht schon deutlicher merkst, dass da was nicht stimmt. Vielleicht sind deine Augen nicht mehr klar und weiß, sondern gelblich. Vielleicht neigst du zu blauen Flecken. Vielleicht bekommst du Fressattacken oder hast umgekehrt gar keinen Appetit mehr. Vielleicht fühlst du dich nach Mahlzeiten voll und aufgebläht, hast ständig Kopfschmerzen oder schläfst schlecht. Das muss jetzt alles nicht auf eine Lebererkrankung hindeuten, kann aber. Und Stufe 2 lässt sich tatsächlich auch schon ziemlich gut von einem Arzt feststellen. Und da geht es dann um diese Leberwerte, von denen immer alle reden. Und ich erkläre dir jetzt mal, wie diese Werte eigentlich ermittelt werden und was genau man daraus ablesen kann. Also, du gehst zum Arzt, der nimmt dir Blut ab und schickt es an ein Labor. Dort untersuchen die Mitarbeitenden dann, wie es zusammengesetzt ist und erstellen ein sogenanntes Blutbild. Das ist im Prinzip eine große Tabelle, die die unterschiedlichen Bestandteile deines Bluts aufschlüsselt. Und zwar so, dass man auch kleinste Mengen von Eiweißen, von Mikronährstoffen und allem, was in deinem Blut so drin ist, exakt erkennen und mit dem Blut eines gesunden Menschen vergleichen kann. Und dieses Blutbild, das gibt einen Aufschluss darüber, wie es deiner Leber geht, weil dein Blut ständig durch die Leber fließt und dort Dinge aufnimmt und wieder abgibt. Rund ein Viertel deines Bluts befinden sich gerade in deiner Leber. Irre, ne? So, okay. Nun haben wir unser Blutbild, beziehungsweise sagen wir mal, deine Hausärztin hat das vor sich liegen. Dann unterteilt sie die wichtigsten Werte, wieder stark vereinfacht gesprochen, in zwei Gruppen. Erstens, die Leberenzyme. Die haben total unaussprechliche Namen und die werden mit so einem Buchstabenwirrwarr abgekürzt. Deshalb erspare ich dir jetzt mal die konkreten Bezeichnungen. Aber wichtig zu wissen ist bei den Leberenzymen Folgendes. Normalerweise arbeiten die in gesunden Leberzellen. Aber wenn die jetzt plötzlich im Blut auftauchen, dann heißt das Shit. Da sind Leberzellen kaputt gegangen und haben diese Enzyme ins Blut freigesetzt. Die sollten da nicht sein. Und je mehr von diesen Enzymen im Blut sind, desto mehr Leberzellen sind kaputt. Also hohe Werte in Gruppe 1 bedeutet schlecht. Die zweite Gruppe der Blutbildwerte umfasst hingegen Stoffe, die definitiv im Blut sein sollten. Zum Beispiel Mikronährstoffe wie Eisen und Kupfer, aber auch bestimmte Proteine. Also hauptsächlich Bestandteile, die in gesundem Blut normalerweise reichlich vorkommen. Aber eben immer seltener, wenn deine Leber keine Kapazität mehr hat, um diese Bausteine zu produzieren. Bei Werten wie diesen ist es also genau andersherum. Niedrige Werte sind schlecht, weil die bedeuten, dass dein Körper nicht mehr gut mit Nährstoffen versorgt wird. So, und jetzt ist es allerdings nicht so, dass ein oder zwei schlechte Werte automatisch auf ein Alkoholproblem schließen lassen. Schlechte Leberwerte können zum Beispiel auch entstehen, wenn du länger krank warst oder wenn du bestimmte Medikamente nimmst. Aber wenn du regelmäßig viel Alkohol trinkst, dann wird deine Leber eben auch krank davon. Alkohol ist nachweislich an einem Drittel aller Leberkrankheiten beteiligt. Das ist Fakt. Und Fakt ist auch, diese Fettleberentzündung, das ist erst Stufe 2 der möglichen Lebererkrankungen. Wenn du also schon eine entzündete Leber hast und an diesem Punkt nicht aufhörst zu trinken, dann kommt irgendwann ziemlich sicher Stufe 3. Und von der hast du sicherlich auch schon mal was gehört. Zirrhose. Leberzirrhose entsteht, wenn dein Körper nicht mehr damit hinterherkommt, die ganzen kaputten Leberzellen zu ersetzen. Deine Stoffwechselfabrik liegt also teilweise in Schutt und Asche und dein Körper bemüht sich, die abgebrannten Maschinen und die löchrigen Mauern mit irgendwas zu flicken. Und was er dann anstelle von gesunden Zellen verbaut, ist Bindegewebe. Deine Leber vernarbt also. Und wo Narben sitzen, da können keine gesunden Zellen mehr nachwachsen. Da kann dann auch keiner mehr arbeiten. Es ist sozusagen einfach nur noch Bauschaum. Zirrhose ist nicht heilbar. Und je mehr sie sich ausbreitet, desto schlechter geht es dir. Du kannst schließlich kaum noch entgiften, kaum noch Nährstoffe verarbeiten. Du bist also ständig krank, müde und gestresst. Immer wieder platzen Äderchen, über dein Blut gelangt auch Gift ins Hirn, was zu Schwindelanfällen und im schlimmsten Fall auch dort zu Blutungen führt. Und ja, Zirrhose kann dann auch zu Leberkrebs führen. Nicht cool. Ich will dir jetzt hier keine Angst machen, aber ich möchte ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Alkohol all das verursacht. Und allein in Deutschland sterben pro Jahr 17.000 Menschen an einer Leberzirrhose. Und rund 50% davon sind nachweislich durch Alkohol entstanden. Du musst es nicht so weit kommen lassen. Ja, Zirrhose ist nicht heilbar, aber von einer Verfettung und sogar von einer Entzündung kann sich deine Leber erholen. Die Leber ist eh voll krass, wenn es darum geht zu regenerieren. Das ist so irre. Mal kurz ein Beispiel. Man kann ungefähr zwei Drittel einer gesunden Leber spenden und die wächst dann einfach wieder nach. Von alleine. Und zwar innerhalb weniger Monate. Auf ihre ursprüngliche Größe. Gib dir das mal. Das ist mega. Also deine Leber ist eine Superheldin. Und auch wenn du sie jetzt schon echt hast leiden lassen, je nach Schweregrad, kann sie sich vollständig und von alleine wieder erholen, sobald du aufhörst, Gift in dich reinzuschütten. Und du wirst auch merken, wie sie sich erholt. Du wirst dich nach und nach wieder gesünder fühlen. Wacher, fitter. Mit mehr Lust auf den Tag und mit mehr Lust aufs Leben. Probier's mal aus. Es lohnt sich. Das verspreche ich dir. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich würde mich darüber freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst. Hier gibt's regelmäßig Videos zu den Themen Alkohol, Alkoholabhängigkeit und Abstinenz. Bis bald. Dankeschön. Und tschüss. Musik 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 Musik